Ich weiß es nicht. Hat man niemanden. Ja, weiß ich nicht. Ich sagte, dass sie ja. Das ist ein Programm, wo das in meiner Tasche stattgefunden war. Und hier ist auch ein Programm. Wir sind beide Städte. Ja, ja. Die möchte ich wie Hannelora aus Berlin machen. Kann sein. Ach, Hannelora von Froschbampen. Ja, ja. Von Froschbampen, ja. Ja, aber Hannelora nacht ich nach Salzburg. Hannelora macht auf. Ja, ja, ja. Wurde auch Froschbampen. Ja, ja, ja. Ja.